Tutorials wurden versprochen und hier kommen sie auch. Im heutigen Baututorial zeige ich euch Block für Block, wie ihr den schiefen Turm von Pisa nachbauen könnt. Hier seht ihr auch eine Materialliste, was ihr alles braucht dafür. Achtung, da ist eine Einrichtung dabei. Ihr könnt den ganzen Turm als Bibliothek verwenden. Wir verwenden den zum Beispiel als Bibliothek in Locastro. Allerdings, gleich vorweg, dieses Modell hier ist nicht schief. Ihr könnt das zwar schief machen, wenn ihr jede Etage verschiebt. Allerdings baue ich das ganze Modell gerade, weil es einfach viel, viel besser in Minecraft aussieht. Des Weiteren habe ich gewisse Materialien ausgetauscht. Ich habe zum Beispiel Granit verwendet. Wenn ihr das so original wie möglich haben wollt, dann könnt ihr statt in Granit einfach Quarz verwenden. Da gibt es die gleichen Baumaterialien, da gibt es genauso Stufen, da gibt es genauso Treppen. Überhaupt kein Problem. Und jetzt starten wir ins Tutorial rein. Es gibt zwei Säulenkränze. Der äußere Säulenkranz ist sieben Blöcke hoch. Danach beginnen die Bögen. Und der innere Säulenkranz ist sechs Blöcke hoch. Und danach beginnen die Bögen. Ich überspringe das auch ganz kurz. Es ist immer das Gleiche. Die Säulen werden alle gleich hoch außen. Und immerhin auch die Bögen werden mit Treppen und Stufen gebaut. Ich zeige euch das ganz kurz. Das ist nämlich nicht so einfach, wenn ein Kreis gebaut wird. Es ist auch nicht symmetrisch. Es würde sich nicht ausgeben, wenn es symmetrisch wäre. Deshalb ist jede Ecke davon etwas anders. Ich zeige es euch hier vor. Einfach nachbauen und dann funktioniert das schon. Ihr werdet wahrscheinlich vier, fünf Stunden für das Bauwerk brauchen. Das kann ich jetzt nicht so gut einschätzen, wie lange ihr fürs Nachbauen braucht. Es ist relativ simpel. Also der erste Kranz ist zwar etwas kompliziert, aber der wird einfach nur siebenmal draufgesetzt. Also man kann einfach bei der Etage darunter nachschauen, wie es genau funktioniert. Andere Leute können auch mithelfen. Relativ einfach. Das ist überhaupt kein Problem. Wichtig ist nur der Anfang und der Schluss. Viele wissen gar nicht, dass der Skifitturm von Pisa ein mittelalterliches Bauwerk ist. Deshalb stellen wir ihn auch in unsere mittelalterliche Stadt rein. Romanische Baukunst ist einfach der Hammer. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn ihr dann alles verbunden habt, dann gehen wir zum inneren Ring über, der wie gesagt niedriger ist. Ist aber das gleiche Prinzip, funktioniert auch gleich. Wunderbar. Und dann gehen wir zum inneren Ring über, der wie gesagt niedriger ist. Und dann gehen wir zum inneren Ring über, der wie gesagt niedriger ist. Und dann gehen wir zum inneren Ring über, der wie gesagt niedriger ist. Und dann gehen wir zum inneren Ring über, der wie gesagt niedriger ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt brauchen wir noch einen Aufgang Dazu machen wir eine Granitsäule in die Mitte Oder Quarz, was auch immer Und nehmen Stufen Glatte Stufen eignen sich hervorragend dafür Das ist eines der wenigen Sachen, die hier als Quarz sind Und baue mit dem hier die gleiche Wendeltreppe, wie ich sie sonst auch immer baue Ich habe die vor Jahren erfunden, sage ich jetzt mal Und habe die seitdem in fast jedem Bauwerk verwendet An der Stelle kleiner Bautipp Baut das bei schrägen Häusern Also baut bei schrägen Häusern immer sowas Eine normale Treppe ist sowieso recht schwierig zu bauen bei großen Bauwerken Und gerade wenn es jetzt schräge Texturen gibt Wenn man ein rundes Gebäude baut Dann ist eine Treppe wirklich extrem schwierig Also natürlich kann jeder eine Treppe reinbauen Aber eine Treppe zu bauen, die gut aussieht Das ist schon... Ich kriege es nicht hin bei schrägen Gebäuden Deshalb Wendeltreppe sieht immer gut aus Ist auch super praktisch Braucht wenig Platz Einfach zu bauen Mehr Gründe braucht es glaube ich nicht Ihr seht auch nebenbei wird da der Palast auch zeitgleich gebaut Von den anderen Leuten Wir haben dann den Ring abgeschlossen Und platzieren darauf Also der letzte Block Dort wo die Bögen gemacht werden Ist aus normalen Granit Nicht polierten Granit So habe ich das gemacht Könnt ihr machen wie ihr wollt Darauf wird dann aber Eine Schicht normales Diorit gesetzt Also nicht poliert, sondern normales Diorit Und dann darauf wieder Granit Immer abwechselnd Granit, Diorit, Granit, Diorit Und ich verwende polierten Granit Oder polierten Diorit Verwende ich deshalb eben nicht Sondern das normale Weil das normale hat keine Textur Und das finde ich sehr schön Ich finde wenn man eine Säule hat Und man hat dann so eine Blocktextur Das sieht nicht so gut aus Das macht es aber gerade recht schwierig Für euch das nachzubauen Weil man kann halt nicht so gut nachschauen Wie hoch etwas ist Also hier ist es einfach Weil es immer so ein Streifenmuster ist Aber deshalb sage ich es eben dazu Die Diorit-Säulen Die zum Beispiel in der nächsten Etage drauf kommen Die sind Sechs Blöcke hoch Die Diorit-Säulen Untertitelung des ZDF, 2020 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 nettes Muster, darauf wird dann eine Granitstufe platziert und darüber auch nochmal eine Stufe und ein Block, alles poliert und dann haben wir auch den ersten Layer schon abgeschlossen. Ich zeige euch das ganz kurz, wie das eben aussieht. Einfach nachmachen, Block für Block. Einfach nachmachen, Block für Block. Die obersten Blöcke werden aus Dschungelholz gemacht. Das ist eine doppelte Schicht aus Dschungelholzbrettern und danach werden einzelne Dschungelholzbretterblöcke platziert. Falls ihr euch fragt, wie ich die angeordnet habe, die sind genauso angeordnet, wie die Säulen unterhalb angeordnet sind, aber auf der äußeren Seite. Das ist, glaube ich, eh logisch, auf der äußeren Seite. Und den Ring, den ich dann mit Granit ziehe, der ist genau gleich wie die darunterliegende Etage, also von der Form. Ihr hättet auch das einfach ein bisschen höher ziehen können, dann hättet ihr automatisch die Vorlage. Wenn nicht, dann müsst ihr es halt so machen wie ich. Einfach ist es, wenn es direkt hochzieht, dann habt ihr die Grundfläche. Die Grundfläche bleibt immer gleich bis ganz oben. Die Grundfläche bleibt immer gleich bis ganz oben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn ihr keine Inneneinrichtung wollt, dann könnt ihr die nächsten paar Minuten kurz kippen. Ich zeige nämlich nur ganz kurz, wie wir das einrichten. Wir nehmen dafür Holzblöcke, Holzstämme, hauptsächlich Fichtenholz, also eigentlich nur Fichtenholz, machen daraus Stämme, Bücherregale und Treppen. Ich zeige nämlich nur Fichtenholz und Treppenholz. Die linke Seite der Tür ist symmetrisch mit der rechten Seite der Tür. In der Mitte geht die Wendeltreppe hoch und da haben wir eben auch unsere Lesepulte, wie man ganz am Anfang gesehen hat, ganz kurz auf dem Bild. Da machen wir die Lesepulte rein, auf denen platzieren wir unsere einzigartigen Köpfe und das ist unsere Bibliothek. Wenn ihr da andere Ideen habt, bitte teilt es mir mit, was ihr mit dem Gebäude macht. Ich wäre wirklich gespannt, wie sehr euch das weitergeholfen hat, wie viel das überhaupt nachgebaut hat. Das ist für mich als Creator eine sehr wichtige Information, was da mit den Bauwerken passiert überhaupt. Wenn das keiner nachbauen möchte, weil es zu aufwendig ist, dann kann ich vielleicht andere Tutorials hochladen, kürzere Tutorials und wenn euch das genauso Spaß macht, dann müsste ich mir das mitteilen, weil, naja, wenn ich davon ausgehe, dass es keiner schaut, dann werde ich solche Inhalte nicht produzieren. Ich mache ja auch die Sachen, wo ich denke, dass die euch gefallen ist, Zuschauer. Also schreibt mir unbedingt einen Kommentar, was ihr mit dem Bauwerk anstellt. Danke im Voraus. Danke im Voraus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Wendeltreppe wird natürlich auch noch weiter raufgezogen. Und wenn wir dann ganz oben sind, dann wird wieder so ein Kranz gezogen, wie weiter unten auch, also abwechselnd aus Treppen und Mauern und darüber eben eine Schicht Stufen. Dieses Mal allerdings aus Dioritmauern und Treppen und was auch immer. Nicht wie vorhin mit Granit. Die letzte Etage haben wir aus Holz gemacht. Da könnt ihr auch kreativ sein. Wenn ihr dann ein schöneres Muster habt, einfach alles ausfüllen. Und dann oben ein Geländer machen. Dazu auf jeden zweiten Block, also entweder auf jede Mauer oder auf jeden... Also ich empfehle vor allem die Mauern. Auf jede Mauer einen Block draufsetzen und dann eben alles mit Stufen verbinden. Sieht wunderbar aus. Ich zeige euch jetzt nochmal den kompletten Zeitraffer in Fullscreen. Nicht mehr klein in der Ecke hier unten, sondern in Fullscreen, damit ihr den ganzen Bauprozess nachvollziehen könnt. Falls irgendwas unklar ist, einfach abstoppen jetzt und schauen, wie es gemacht wurde. Und wenn euch, wie gesagt, für euch etwas schwierig war, dann teilt mir das bitte mit, damit ich es beim nächsten Tutorial besser machen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.